Was geht ab Freunde und Supporter, euer SAUBAM schaut für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Freunde und vielen vielen Dank an die aktiven Supporter, die die letzten Videos bewertet haben. Vielen Dank Freunde für die Unterstützung dieses Projektes und der einzelnen Videos und ihr wisst Bescheid. Freunde, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, wir machen noch diese Hai-Mission und dann gehen wir weiter der richtigen Story nach, sag ich mal, der Hauptstory, aber das interessiert mich denn doch schon. Ein fetter Hai-Fight wäre doch was Neises, oder? Das saftigste in ganz Kefalinia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalinia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kreosa. Kreosa. Meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Ich habe von nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger Schwimm zwischen uns und der Chance, Kefalinia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalinia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalinia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Es ist nicht diese Halskette, oder? Ich fand sie in den Ruinen von Kranin. Das ist sie! Das ist Progress Halskette! Wir können endlich weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Äh. Okay. So schnell kann es gehen, Freunde. Wir verdanken dir alles. So schnell kann es dann gehen, wa? Ja, das war es dann auch schon mit der Mission. Okay, machen wir weiter. Ja, wir hatten ja die Halskette schon beim letzten Mal gefunden. Locker easy. Ja, Freunde, das meine ich. Das meine ich, als ich angesprochen habe, dass die Animationen und so weiter wirklich komplett veraltet sind. Sorry. Es tut mir leid, aber als die beiden sich da angeguckt haben und so weiter, die Bewegungen, die Gesichter, die sehen aus wie leblose Puppen irgendwie. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich kann mir das gar nicht erklären. Das ist doch schlechter als in Origins, oder? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal Real Talk, Alter. Real, Real Talk, Alter. Oder bin ich der Einzige, der das so sieht? Das kannst du nicht in den Jahren 2018 anbieten. Das geht nicht. Das geht nicht. Eigentlich geht das nicht. Eigentlich müsste, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Test gelesen, aber... Wenn das nicht erwähnt wird, weißt du, dann weißt du wieder Bescheid, wo du den Test gelesen hast oder gesehen hast. Aber wenn da, wenn sowas nicht erwähnt wird, Freunde, das... Sorry, das zieht einen auch so ein bisschen raus aus der Atmosphäre, oder? Oder nicht? Also wenn die... Ach, nee. Keine Ahnung. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann das echt nicht verstehen. Das erinnert mich so ganz an die schrecklichen Zeiten von damals, ey. An Affengesicht Desmond. Könnt ihr euch noch erinnern? Könnt ihr euch noch erinnern, Freunde? Desmond, wie er aussah? Mein Assassin's Creed 3 Remastered kommt ja mit Origins Season Pass. Ja, guckt euch mal den Anfang an. Die erste Cutsee, wo man Desmond gesehen hat. Das sieht aus wie einfach wie so ein kleiner Monkey. Das sieht aus wie die Vorstufe von Schimpansen. Weiß nicht, was da los war. Jetzt mal ernsthaft, ich liebe die Spiele, aber... Man muss einfach ehrlich sein. Man muss einfach ehrlich sein. Das ist halt einfach so. Egal. Sollen wir nochmal zum Schmied? Sollen wir nochmal zum Schmied? Die Waffe haut auf jeden Fall ganz gut rein. Lass uns nochmal zum Schmied kurz. Was darf ich dir zeigen? Was darf ich dir zeigen? Soll ich verkaufen. In Deutsch behalte ich. Den Speer. Den Goldspeer, könnte ich erinnern. Böden. Okay. Okay. Verbessern. Verbessern. Lohnt sich das? Ne, eigentlich nicht. Bis bald dann. Ja, dankeschön. Bis bald. Hau rein. Tschüss. Jo, Junge. Jam ab, Alter. Geil. So, Barnabas. Bereit, wenn du es bist. Warte. Warte auf mich, Kassandra. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, geh ich auch. Hefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Was würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann? Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich allein machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Meinen Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Föbe. Außerdem kann ich mit Kena spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Ich komme manchmal, komme ich echt nicht klar auf diesen unfassbaren Bizeps von Kassandra. Die hat so einen muskulösen Arm. Krass. Krass, Mann. Einfach hier sagen, ich komme nicht mehr. Ich würde es gerne probieren, ehrlich gesagt. Aber komm. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mache ich. Keine Sorge. Na gut. Du kannst jetzt abreisen. Kassandra! Kassandra! Du verlässt Kephalin ja ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier. Also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Na gut, komm her. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich würde dich vermissen, Kassandra. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Vögel. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstöpfen, nicht wahr, meine Beste? Bist du bereit? Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut, das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Gut, welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Kassandra fahren? Megaris. Haha, Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaus von Sparta? Nikolaus von Sparta? Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Er wird uns von Nikolaus von Sparta benutzt. Er wird uns helfen. Er wird uns helfen. Nein! Nicht! Nein! Nicht! Ah! 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 Nein! Nein! Sie hat ihn getustet! Schuss sie runter! Zahl für ihre Ehrlosigkeit! Für das Leben, das sie verwirkte! Sie ist keine Spartiatin! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Nein! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Sieh mich an! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Hör nicht auf sie bloß! Hör nicht auf sie! Hör nicht auf sie! Vater? Vater? Oh mein Gott! Cassandra! Cassandra! Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helioswacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Okay, Freunde. Okay. Ich gebe es zu. Gänsehaut ist gerade am Start so ein bisschen. Ohne Witz. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war geil gemacht jetzt. Das ist geil gemacht tatsächlich. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lasst uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Alter Schwede. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ey. Mehrer Quests angenommen? Okay. Macht schneller. Volle Fahrt. Volle Fahrt. Das hätte ich nicht gedacht. Krass, Alter. Einfach ihr Daddy, ey. Und der kleine Boy war wahrscheinlich Alexios, wa? Der kleine Alexios, Alter. Einfach auf seine Kinder geschissen, ey. Wow, Delfine sind am Start. Krass, Alter. Einfach nur, weil irgendwelche Leute das sagen. Ja, das Ritual hat es bestimmt. Ist ja nicht so, dass die Leute von dieser Ritual-Scheiße heute befreit sind. Es gibt ja immer noch Vollidioten. Okay. Erster Schiffsfight. Hä? Ich bin zu dumm und hässlich. Habe ich jetzt getroffen? Ne, weder zu kurz. Das hat gesessen. Ich muss ein bisschen näher ran für die Speere. Muss ein bisschen näher ran. Ja, dann schießen wir zurück, Junge. Können wir den nicht einfach wegrammen jetzt? Wir haben ihn gleich. Was leuchtet in der Rot an der Seite? Ist das die Schwachstelle? Okay, Eltern. Halt doch das Maul, Mann. Komm schon, Jungs! Hey, hey, hey! Was schlägst du hin? Girl? Mann, war wecker, Brügel, die kleine dreckstelle. Ausweichen! Wow! Namaste gar nichts, war? Namaste nicht gar nichts. Nein, der LOOT! Ist er tot jetzt? Jetzt ist er tot. Ach, da lebt er noch. Ist er das nicht gewesen? Ist er das nicht gewesen? Jetzt ist er doch plötzlich tot. Was passiert hier, Junge? Was passiert hier? Was passiert hier, Junge? Was war das? Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sie Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusst losschlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig. Das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Ähm. Wow. Äh. Okay. Chancen gleich. Junge, wie viele Quests habe ich denn jetzt plötzlich? Hm. Ach Mensch. Jedes Mal, wenn man das Steuerkreuz zur Seite macht, kommt man auf diesen Scheiß-Shop. Leid mir weg damit. Rätsel mit Narrenkappel. Warum habe ich die Mission denn jetzt bekommen? Das verstehe ich nicht ganz. Das ist ja die Arena. Deine Odyssey. Elpinos Angebot war zu schön, um wahr zu sein. Verändere für ein hübsches Sümmchen, das der Wolf von Sparta Megaris einnimmt. Nur die Gründe kannte niemand. Und... Okay. 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 Ähm. Ja. Gut. Cassandra juckt es auch wenig, dass er erzählt hat, dass einige seiner besten Männer gestorben sind. Interessiert nicht. Interessiert einfach nicht. Weiter geht's. Wer braucht die schon? Ach kann man Turbo nicht lange... lange nehmen oder was? Den Turbo nutzen? Gebiet nicht verfügbar? Was? Ich segel doch nur zu dem Punkt, wo ich hin soll. Was willst du gerade von mir? So. So alles geruhigt. Ist doch alles richtig hier. Ja. Mach ich doch. Okay. Bin dabei. So, Icarus. Was hast du denn noch zu berichten? Obwohl ich sehe gerade... Was ist jetzt los? Wollte grad sagen. Ich dachte, Cassandra ist da runtergegangen gerade. Halt, das geht hier ab. Alle singen, party, gute Laune. Naja. Gut. Okay, Freunde. Wir machen das allerdings beim nächsten Mal. Die Folge ist auf jeden Fall lang genug. Schreiben wir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das jetzt fandet, dass der graue Wolf einfach ihr Daddy ist. Der einfach, der einfach, ja, sein Kind runtergeworfen hat und sein anderes Kind runter hat werfen lassen. Also einfach zwei Kinder so, ja, weg. Weg. Brauch ich nicht. Krass. Einfach ne. Heftig. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir werden den Kommentar nicht vergessen, Freunde. Haut rein. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.